Geld verdienen an der Börse für Anfänger Von Norbert Reinwand Sie möchten an der Börse Geld verdienen, wissen aber nicht, wie Sie anfangen sollen? Dann ist dieses E-Book genau das Richtige für Sie. In diesem E-Book lernen Sie die Grundlagen des Tradings kennen und erfahren, wie Sie die besten Aktien auswählen, analysieren und handeln können. Sie erhalten praktische Tipps und Tricks, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen und Ihre Risiken zu minimieren. Sie erfahren auch, wie Sie Ihre Anlagen diversifizieren und die aktuellen Trends und Nachrichten nutzen können. Dieses E-Book ist für Anfänger geschrieben, die keine Vorkenntnisse haben und Schritt für Schritt an die Börse herangeführt werden wollen. Mit diesem E-Book werden Sie in kurzer Zeit zum erfolgreichen Trader. Was sind Aktien? Aktien sind Wertpapiere, die den Anteil an einer Aktiengesellschaft AG oder einer anderen Rechtsform von Kapitalgesellschaften verbrieft. Wer eine Aktie kauft, wird zum Miteigentümer der Firma und erhält bestimmte Rechte und Pflichten. Aktien dienen den Unternehmen zur Finanzierung ihres Eigenkapitals, indem sie ihre Anteile auf dem Aktienmarkt verkaufen. Die Käufer werden zu Aktionären, die an der wirtschaftlichen Entwicklung und am Gewinn der Firma beteiligt sind. Der Wert einer Aktie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Nennwert, dem Börsenkurs, dem Buchwert oder dem Gewinn pro Aktie. Der Nennwert ist der Anteil am Grundkapital der Firma, der auf eine Aktie entfällt. Der Börsenkurs ist der Preis, zu dem die Aktie an der Börse gehandelt wird. Er wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt und spiegelt die Erwartungen der Anleger über die Zukunftsaussichten der Firma wider. Der Buchwert ist der Wert des Eigenkapitals der Firma, geteilt durch die Anzahl der Aktien. Er zeigt an, wie viel Vermögen pro Aktie vorhanden ist. Der Gewinn pro Aktie ist der Anteil des Jahresüberschusses der Firma, der auf eine Aktie entfällt. Er gibt an, wie rentabel die Firma wirtschaftet. Aktien können verschiedene Arten und Gattungen haben, je nachdem, welche Rechte und Ansprüche sie verleihen. Zum Beispiel gibt es Stammaktien und Vorzugsaktien. Stammaktien sind die häufigste Form von Aktien. Sie gewähren den Aktionären ein Stimmrecht auf der Hauptversammlung, das heißt ein Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen der Firma. Vorzugsaktien sind Aktien, die den Aktionären einen Vorrang bei der Gewinnausschüttung oder bei der Liquidation der Firma einräumen. Dafür verzichten sie meist auf ihr Stimmrecht oder haben nur ein eingeschränktes Stimmrecht. Aktien sind eine Form von Kapitalanlage, die sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Die Chancen bestehen darin, dass die Aktionäre von steigenden Kursen und Dividenden profitieren können. Dividenden sind die Ausschüttung eines Teils des Gewinns an die Aktionäre. Die Risiken bestehen darin, dass die Aktionäre von fallenden Kursen und Verlusten betroffen sein können. Außerdem haben sie kein Rückzahlungsrecht auf ihr eingesetztes Kapital und tragen das Insolvenzrisiko der Firma. Aktienbärenmarkt Der Aktienbärenmarkt ist eine Phase, in der die Aktienkurse über einen längeren Zeitraum kontinuierlich fallen. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie zum Beispiel eine schwache Konjunktur, politische Krisen, Naturkatastrophen oder eine Pandemie. Ein Bärenmarkt kann für Anlegerinnen und Anleger eine Herausforderung darstellen, da sie sich entscheiden müssen, ob sie ihre Aktien verkaufen, halten oder sogar nachkaufen wollen. Ein Bärenmarkt bietet aber auch Chancen, denn er kann günstige Einstiegsmöglichkeiten für langfristig orientierte Investoren schaffen. Um zu erkennen, ob ein Bärenmarkt zu Ende ist, muss man verschiedene Indikatoren beobachten, wie zum Beispiel die Entwicklung der Unternehmensgewinne, die Zinspolitik der Zentralbanken, die Stimmung der Marktteilnehmer oder die technische Analyse der Kursverläufe. Ein Bärenmarkt endet in der Regel mit einer Trendwende, die zu einem neuen Bullenmarkt führt, in dem die Aktienkurse wieder steigen. Aktienbullenmarkt Der Aktienbullenmarkt ist eine Phase an der Börse, in der die Kurse anhaltend steigen. Er wird auch als O's bezeichnet und steht im Gegensatz zum Bärenmarkt, in dem die Kurse anhaltend fallen. Ein Bullenmarkt wird oft durch optimistische Erwartungen der Anleger, eine positive Konjunktur und eine hohe Marktliquidität ausgelöst. Ein Bullenmarkt kann jedoch auch zu einer Spekulationsblase führen, wenn die Erwartungen übertrieben sind und die Kurse die Fundamentaldaten nicht mehr widerspiegeln. Um von einem Bullenmarkt zu profitieren, sollten Anleger Aktien auswählen, die besonders empfindlich auf Veränderungen der Marktliquidität reagieren. Diese Aktien performen sehr schlecht, wenn die Liquidität abnimmt, aber sie übertreffen den Markt deutlich, wenn reichlich Liquidität vorhanden ist. Solche Aktien werden auch als liquiditätssensible Aktien bezeichnet und können mit Hilfe von wissenschaftlichen Studien identifiziert werden. Ein Beispiel für eine Liste von 20 liquiditätssensiblen Aktien, die im nächsten Bullenmarkt besser abschneiden könnten als der Marktdurchschnitt, wurde im März 2023 vom Magazin Barron's veröffentlicht. Die Liste basiert auf der Forschung von Lubos Pastor und Robert Stammbau, die 2003 einen Zusammenhang zwischen Liquiditätsrisiko und erwarteter Aktienrendite nachgewiesen haben. Die Liste enthält Aktien aus verschiedenen Branchen wie Gesundheit, Technologie, Industrie und Konsumgüter. Ein Bullenmarkt bietet Anlegern viele Chancen, aber auch Risiken. Es ist wichtig, die Kursentwicklung kritisch zu beobachten und nicht blind dem Herdentrieb zu folgen. Ein Bullenmarkt kann jederzeit in einen Bärenmarkt umschlagen, wenn sich die Stimmung oder die Rahmenbedingungen ändern. Anleger sollten daher immer einen langfristigen Anlagehorizont haben und ihre Portfoliostrategie an ihre Ziele und ihr Risikoprofil anpassen. Handelszeiten Die Handelszeiten der Aktienbörsen sind von Land zu Land unterschiedlich und hängen von den lokalen Arbeitszeiten, Feiertagen und Zeitverschiebungen ab. Die Handelszeiten bestimmen, wann die Anleger Aktien kaufen und verkaufen können und beeinflussen die Liquidität und die Volatilität der Märkte. In diesem Artikel geben wir einen Überblick über die Handelszeiten der wichtigsten Aktienbörsen weltweit. Die größte und bekannteste Aktienbörse der Welt ist die New York Stock Exchange Nüse, die von Montag bis Freitag von 15.30 Uhr bis 22.00 Uhr Metz geöffnet ist. Die Nüse ist der Handelsplatz für die größten US-Unternehmen wie Apple, Microsoft oder Coca-Cola. Eine weitere bedeutende US-Aktienbörse ist die Nasdaq, die sich auf Technologieaktien spezialisiert hat und dieselben Handelszeiten wie die Nüse hat. In Europa gibt es mehrere Aktienbörsen, die jeweils den nationalen Markt repräsentieren. Die größte und liquideste ist die London Stock Exchange, LSE, die von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr Metz geöffnet ist. Die LSE ist der Handelsplatz für britische Unternehmen wie BP, HSBC oder Unilever, aber auch für internationale Unternehmen wie Alibaba oder Rio Tinto. Andere wichtige europäische Aktienbörsen sind die Euronext-Gruppe, die die Börsen von Amsterdam, Brüssel, Paris und Lissabon umfasst, die von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr Metz geöffnet sind, sowie die deutsche Börse mit dem elektronischen Handelssystem Xetra, das von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr Metz läuft. In Asien gibt es ebenfalls mehrere Aktienbörsen, die unterschiedliche Handelszeiten haben. Die größte und einflussreichste ist die Tokyo Stock Exchange, TSE, die von 1.00 Uhr bis 7.00 Uhr Metz geöffnet ist, mit einer Mittagspause von 3.30 Uhr bis 4.30 Uhr Metz. Die TSE ist der Handelsplatz für japanische Unternehmen wie Toyota, Sony oder Nintendo, aber auch für einige ausländische Unternehmen wie Nestle oder Volkswagen. Eine weitere wichtige asiatische Aktienbörse ist die Shanghai Stock Exchange, SSE, die von 2.30 Uhr bis 8.00 Uhr Metz geöffnet ist, mit einer Mittagspause von 4.30 Uhr bis 6.00 Uhr Metz. Die SSE ist der Handelsplatz für chinesische Unternehmen wie Alibaba, Tencent oder Petrochina. Die Handelszeiten der Aktienbörsen weltweit sind also sehr unterschiedlich und können sich je nach Sommerzeit oder Feiertagen ändern. Für Anleger ist es wichtig, diese zu kennen, um ihre Handelsstrategien anzupassen und Chancen auf den globalen Märkten zu nutzen. Aktiendividenden Aktiendividenden sind eine Form der Gewinnbeteiligung, die Unternehmen an ihre Aktionäre ausschütten. Dividenden sind für viele Anleger ein attraktives Kriterium bei der Auswahl von Aktien, da sie eine regelmäßige Einnahmequelle darstellen und die Gesamtrendite einer Aktie erhöhen können. Die Höhe der Dividende hängt von der Ertragslage, der Ausschüttungspolitik und der Steuerbelastung des Unternehmens ab. Die Dividendenrendite ist ein Maß für die Rentabilität einer Aktie, das die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs setzt. Dividendenaktien sind jedoch nicht automatisch gute Investments. Eine hohe Dividendenrendite kann auch ein Zeichen für eine schwache Kursentwicklung oder eine unsichere Zukunftsaussicht sein. Daher sollten Anleger neben der Dividende auch andere Faktoren wie die Qualität des Geschäftsmodells, die Wachstumsperspektiven, die Verschuldung und die Nachhaltigkeit der Dividende berücksichtigen. Außerdem sollten Anleger die steuerlichen Aspekte beachten, da Dividenden in Deutschland grundsätzlich der Abgeltungssteuer unterliegen. Es gibt verschiedene Strategien, um von Dividendenaktien zu profitieren. Eine bekannte Methode ist die sogenannte Docs of the Dow-Strategie, die darauf basiert, die zehn Aktien aus dem Dow Jones Index mit der höchsten Dividendenrendite zu kaufen und diese ein Jahr lang zu halten. Eine andere Möglichkeit ist, nach sogenannten Dividendenaristokraten zu suchen, also Aktien, die ihre Dividende seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöht haben. Diese Aktien zeichnen sich oft durch eine hohe Stabilität und ein solides Wachstum aus. Dividendenaktien können also eine sinnvolle Ergänzung für ein diversifiziertes Portfolio sein, wenn man einige wichtige Punkte beachtet. Sie bieten nicht nur eine laufende Einkommensquelle, sondern können auch als Puffer in Krisenzeiten dienen, da sie tendenziell weniger volatil sind als andere Aktien. Allerdings sollte man sich nicht allein von der Dividende blenden lassen, sondern auch die Qualität und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens analysieren. Aktien-Day-Trading Aktien-Day-Trading ist eine Form des Handels, bei der Aktien innerhalb eines Tages gekauft und verkauft werden, um von kurzfristigen Kursschwankungen zu profitieren. Aktien-Day-Trading erfordert eine hohe Aufmerksamkeit, eine schnelle Reaktionsfähigkeit und eine gute Strategie, um erfolgreich zu sein. Aktien-Day-Trading ist nicht für jeden geeignet, da es ein hohes Risiko birgt und hohe Kosten verursachen kann. Um Aktien-Day-Trading zu betreiben, muss man zunächst die besten Aktien für diese Art des Handels finden. Dabei sollte man auf folgende Faktoren achten. Volumen Das Volumen gibt an, wie viele Aktien innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelt werden. Ein hohes Volumen bedeutet, dass es viele Käufer und Verkäufer gibt, die bereit sind, Geschäfte abzuschließen. Ein hohes Volumen erleichtert es, eine Position zu eröffnen und zu schließen, ohne den Preis zu beeinflussen. Liquidität Die Liquidität gibt an, wie leicht eine Aktie zu einem fairen Preis gekauft oder verkauft werden kann. Eine hohe Liquidität bedeutet, dass es viele offene Orders zu verschiedenen Preisen gibt, die auf Ausführung warten. Eine hohe Liquidität reduziert die Spanne zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis, Spread und damit die Handelskosten. Volatilität Die Volatilität gibt an, wie stark der Preis einer Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitraums schwankt. Eine hohe Volatilität bedeutet, dass es große Preisbewegungen gibt, die Chancen für Gewinne oder Verluste bieten. Eine hohe Volatilität erfordert jedoch auch eine gute Risikomanagement-Strategie, um Verluste zu begrenzen. Range Die Range gibt an, wie weit der Preis einer Aktie innerhalb eines Tages steigt oder fällt. Eine große Range bedeutet, dass es mehr Potenzial für Gewinne gibt, wenn man den richtigen Einstiegs- und Ausstiegspunkt findet. Eine große Range erfordert jedoch auch eine gute Analyse der Markttrends und Signale, um die richtige Richtung vorherzusagen. Einige Beispiele für Aktien, die sich für das Daytrading eignen könnten, sind Tesla Tesla ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektroautos und anderen innovativen Produkten. Tesla ist eine sehr volatile Aktie, die oft von Nachrichten über das Unternehmen oder seinen Gründer Elon Musk beeinflusst wird. Tesla hat ein hohes Volumen und eine hohe Liquidität und bietet daher viele Möglichkeiten für das Daytrading. Lloyds Lloyds ist eine britische Bankengruppe mit einer globalen Präsenz. Lloyds ist eine relativ stabile Aktie mit einem niedrigen Preis und einem hohen Volumen. Lloyds bietet daher geringere Risiken und Kosten für das Daytrading. Gold Gold ist ein Edelmetall, das als Wertaufbewahrungsmittel und als Absicherung gegen Inflation oder Krisen gilt. Gold ist eine volatile Aktie, die oft von geopolitischen Ereignissen oder der Nachfrage nach dem Metall beeinflusst wird. Gold hat eine hohe Liquidität und eine große Range und bietet daher viele Chancen für das Daytrading. Aktien-Daytrading ist eine spannende und herausfordernde Form des Handels, die viel Disziplin und Erfahrung erfordert. Um erfolgreich zu sein, muss man die besten Aktien für das Daytrading finden und eine geeignete Strategie anwenden. Aktien-Shorten Aktien-Shorten ist eine Strategie, die darauf abzielt, von fallenden Kursen zu profitieren. Dabei werden Aktien geliehen und verkauft, um sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und an den Verleiher zurückzugeben. Der Gewinn ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem Rückkaufpreis abzüglich der Gebühren für die Ausleihe der Aktien. Aktien-Shorten ist ein riskantes Geschäft, das nur von erfahrenen Anlegern durchgeführt werden sollte. Denn das Verlustrisiko ist theoretisch unbegrenzt, da der Kurs einer Aktie ins Unendliche steigen kann. Außerdem muss man Zinsen oder Provisionen an den Broker zahlen, der die Aktien verleiht, sowie eventuell Dividenden an den eigentlichen Besitzer der Aktien. Um Aktien zu shorten, benötigt man ein Margin-Konto bei einem Broker, das eine bestimmte Mindesteinzahlung erfordert. Der Broker stellt dann die Aktien zur Verfügung, die man shorten möchte, sofern sie verfügbar sind. Man verkauft die geliehenen Aktien auf dem Markt und hofft, dass der Kurs sinkt. Um die Position zu schließen, kauft man die Aktien zurück und gibt sie an den Broker zurück. Ein Beispiel für das Shorten von Aktien ist folgendes. Ein Anleger glaubt, dass die Aktie von Tesla überbewertet ist und erwartet einen Kursrückgang. Er leiht sich 100 Aktien von Tesla bei einem Broker aus und verkauft sie für 1.000 Euro pro Stück auf dem Markt. Er erhält also 100.000 Euro. Nach einiger Zeit fällt der Kurs von Tesla auf 800 Euro pro Aktie. Der Anleger kauft die 100 Aktien zurück für 80.000 Euro und gibt sie an den Broker zurück. Er hat also einen Gewinn von 20.000 Euro gemacht, abzüglich der Gebühren für die Ausleihe der Aktien. Aktienshorten kann eine lukrative Strategie sein, wenn man richtig liegt mit seiner Einschätzung des Marktes. Allerdings birgt es auch hohe Risiken und Kosten, die man nicht unterschätzen sollte. Es ist daher wichtig, sich gut zu informieren und zu analysieren, bevor man sich entscheidet, Aktien zu shorten. ETF-Sparplan Aktien-ETF-Sparplan – eine attraktive Möglichkeit für langfristige Anleger. Ein Aktien-ETF-Sparplan ist eine Form der Geldanlage, bei der man regelmäßig einen festen Betrag in Aktien investiert. Ein Aktien-ETF-Sparplan bietet mehrere Vorteile für Anleger, die langfristig Vermögen aufbauen wollen. Man profitiert von den Kurssteigerungen und Dividenden. Man nutzt den sogenannten Cost-Average-Effekt, indem man bei niedrigen Kursen mehr Aktien kauft und bei hohen Kursen weniger. Dadurch senkt man den durchschnittlichen Kaufpreis und erhöht die Rendite. Man spart sich die Kosten für einzelne Aktienkäufe, die je nach Depotanbieter variieren können. Bei einem Aktien-ETF-Sparplan zahlt man meist nur eine geringe oder gar keine Gebühr pro Ausführung. Man kann flexibel die Sparrate, den Sparintervall und den Anlagezeitraum wählen. Je nach persönlicher Situation kann man den Sparplan anpassen oder aussetzen. Um einen Aktien-ETF-Sparplan zu starten, benötigt man ein Wertpapierdepot bei einer Bank oder einem Online-Broker. Dort kann man auswählen, wie viel Geld man monatlich oder quartalsweise in die ETF-Aktie investieren möchte. Die Mindestsparrate liegt je nach Anbieter zwischen 25 und 50 Euro. Die Ausführung des Sparplans erfolgt automatisch zum jeweiligen Kurs an einem festgelegten Stichtag. Ein Aktien-ETF-Sparplan ist eine einfache und günstige Möglichkeit. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass ein solcher Sparplan auch Risiken birgt. Die ETF-Aktie unterliegt den Schwankungen des Marktes und kann an Wert verlieren. Zudem ist die Entwicklung von vielen Faktoren abhängig, wie zum Beispiel der Regulierung, dem Wettbewerb oder dem Klimawandel. Daher sollte man nur einen Teil seines Vermögens in einen Aktien-ETF-Sparplan anlegen und auch andere Anlageformen, wie zum Beispiel weitere ETFs, berücksichtigen. Aktien CFD Aktien CFDs sind Finanzinstrumente, die es Anlegern ermöglichen, von den Kursbewegungen von Aktien zu profitieren, ohne diese tatsächlich zu besitzen. CFD steht für Contract for Difference, also einen Vertrag über die Differenz zwischen dem Kauf und dem Verkaufspreis einer Aktie. Der Anleger zahlt oder erhält diese Differenz, je nachdem, ob er auf steigende oder fallende Kurse spekuliert hat. Aktien CFDs haben einige Vorteile gegenüber dem direkten Kauf von Aktien. Zum einen kann man mit CFDs auch auf fallende Kurse setzen, indem man eine sogenannte Short-Position eröffnet. Das bedeutet, dass man eine Aktie verkauft, die man nicht besitzt und sie später zu einem niedrigeren Preis zurückkauft. Dies ist ein Leerverkauf, der bei normalen Aktien nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Zum anderen kann man mit CFDs einen Hebel nutzen, der die möglichen Gewinne, aber auch Verluste vervielfacht. Der Hebel ist ein Faktor, der angibt, wie viel Kapital man für eine bestimmte Position einsetzen muss. Zum Beispiel bedeutet ein Hebel von 1 zu 5, dass man nur 20% des Wertes einer Aktie als Margin hinterlegen muss. Wenn die Aktie um 10% steigt oder fällt, entspricht das einer Rendite oder einem Verlust von 50% auf das eingesetzte Kapital. Aktien CFDs haben aber auch einige Nachteile und Risiken, die man beachten sollte. Zum einen fallen beim CFD-Handel Gebühren an, die je nach Broker und Markt variieren können. Dazu gehören Spreads, die Differenz zwischen Kauf und Verkaufspreis, Kommissionen, ein prozentualer Anteil am Handelsvolumen und Haltegebühren, eine tägliche Gebühr für offene Positionen über Nacht. Diese Gebühren können die Rendite schmälern oder sogar zu Verlusten führen. Zum anderen sind CFDs sehr volatile und riskante Instrumente, die nur für erfahrene und risikobereite Anleger geeignet sind. Da CFDs auf Margin gehandelt werden, kann man mehr verlieren als ein eingesetztes Kapital. Wenn der Markt sich gegen die eigene Position bewegt, kann der Broker einen Nachschuss-Margin-Call verlangen oder die Position automatisch schließen, Stop-Loss. Dies kann zu hohen Verlusten in kurzer Zeit führen. Fazit Aktien-CFDs sind eine interessante Möglichkeit, um von den Kursbewegungen von Aktien zu profitieren, ohne diese zu besitzen. Sie bieten Flexibilität, Liquidität und Hebelwirkung, aber auch hohe Risiken und Kosten. Anleger sollten sich daher gut informieren und nur mit Geld handeln, dass sie bereit sind zu verlieren. Technische Analyse Die aktientechnische Analyse ist eine Methode, um die zukünftige Kursentwicklung von Wertpapieren anhand von historischen Daten und Chartmustern zu prognostizieren. Dabei werden verschiedene Werkzeuge und Konzepte verwendet, um Trends, Widerstände, Unterstützungen, Formationen und Indikatoren zu identifizieren und zu interpretieren. Die aktientechnische Analyse basiert auf der Annahme, dass alle relevanten Informationen bereits im Kurs enthalten sind und dass sich die Geschichte an den Märkten wiederholt. Die aktientechnische Analyse hat mehrere Vorteile gegenüber anderen Analysemethoden, wie zum Beispiel der Fundamentalanalyse. Zum einen ist sie universell anwendbar auf alle Märkte, Zeiträume und Wertpapiere. Zum anderen ist sie schnell und einfach durchführbar mit Hilfe von modernen Trading-Plattformen und Tools, die eine grafische Darstellung und Analyse der Kurse ermöglichen. Außerdem ist sie ideal geeignet, um Chancen und Risiken an den Märkten zu erkennen und zu nutzen. Die aktientechnische Analyse besteht aus verschiedenen Teilgebieten, die sich ergänzen und kombinieren lassen. Die wichtigsten sind Die Trendanalyse Sie untersucht die Richtung und Stärke der Kursbewegungen und hilft dabei, die richtige Trading-Strategie in Übereinstimmung mit dem vorherrschenden Trend zu wählen. Die Chartanalyse Sie analysiert die Muster und Formationen, die sich im Kursverlauf bilden, wie zum Beispiel Linien, Kanäle, Dreiecke, Flaggen oder Wimpel. Diese geben Hinweise auf mögliche Trendfortsetzungen oder Umkehrungen. Die Indikatoranalyse Sie verwendet mathematische Formeln oder statistische Berechnungen, um zusätzliche Informationen über den Kursverlauf zu erhalten, wie zum Beispiel Momentum, Volatilität, Trendstärke oder Oszillatoren. Diese helfen dabei, Signale für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu generieren oder zu bestätigen. Die aktientechnische Analyse ist eine wertvolle Methode für jeden Trader oder Anleger, der seine Entscheidungen auf objektive und nachvollziehbare Kriterien stützen möchte. Sie erfordert jedoch auch ein gewisses Maß an Erfahrung, Disziplin und Flexibilität, um die richtigen Werkzeuge und Konzepte für jede Situation auszuwählen und anzuwenden. Der Wert einer Aktie ist nicht immer gleich dem Preis, zu dem sie an der Börse gehandelt wird. Der Preis einer Aktie wird durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bestimmt, das sich ständig ändert. Der Wert einer Aktie hingegen ist der faire Preis, den die Aktie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage und Zukunftsaussichten haben sollte. Um den Wert einer Aktie zu berechnen, gibt es verschiedene Methoden, die sich in zwei Kategorien einteilen lassen, vermögensbasierte Bewertung und ertragsbasierte Bewertung. Die vermögensbasierte Bewertung beruht auf der Annahme, dass der Wert einer Aktie gleich dem Wert aller Vermögenswerte des Unternehmens abzüglich aller Schulden ist. Die Formel dafür ist Innerer Wert ist gleich Summe aller Vermögenswerte des Unternehmens, sowohl materiell als auch immateriell, Summe aller Schulden des Unternehmens. Diese Methode ist einfach anzuwenden, hat aber den Nachteil, dass sie nicht die zukünftigen Gewinne des Unternehmens berücksichtigt, die von der Marktlage, der Konkurrenz und der Strategie des Managements abhängen. Die ertragsbasierte Bewertung beruht auf der Annahme, dass der Wert einer Aktie gleich dem Barwert aller zukünftigen Gewinne des Unternehmens ist. Die Formel dafür ist Innerer Wert ist gleich Summe aller zukünftigen Gewinne des Unternehmens, Abzinsungsfaktor. Diese Methode ist schwieriger anzuwenden, da sie eine Schätzung der zukünftigen Gewinne und einen angemessenen Abzinsungsfaktor erfordert. Der Abzinsungsfaktor spiegelt das Risiko und die Unsicherheit der zukünftigen Gewinne wider. Je höher das Risiko und die Unsicherheit sind, desto höher ist der Abzinsungsfaktor und desto niedriger ist der innere Wert. Aktien diversifizieren Aktien diversifizieren, warum und wie Die Diversifikation von Aktien ist eine wichtige Strategie für Anleger, die ihr Risiko reduzieren und ihre Renditen optimieren wollen. Doch was bedeutet Diversifikation genau und wie kann man sie umsetzen? Diversifikation bedeutet, das eigene Kapital auf mehrere Aktien oder andere Anlageklassen zu verteilen, um nicht von der Entwicklung eines einzelnen Wertpapiers abhängig zu sein. So kann man Verluste begrenzen, wenn eine Aktie stark an Wert verliert und von den Gewinnen anderer Aktien profitieren. Dabei ist es wichtig, nicht nur die Anzahl der Aktien zu erhöhen, sondern auch auf eine geringe Korrelation zwischen den Aktien zu achten. Das heißt, dass die Aktien möglichst unterschiedlich auf Marktereignisse oder Branchentrends reagieren. So kann man das unsystematische Risiko verringern, das mit einem bestimmten Unternehmen, einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt verbunden ist. Um eine gute Diversifikation zu erreichen, sollte man folgende Aspekte berücksichtigen. Die Auswahl der Anlageklassen Neben Aktien kann man auch in andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien investieren, die unterschiedliche Risiko-Rendite-Profile haben und sich oft entgegengesetzt zu den Aktienmärkten verhalten. Die Auswahl der Branchen Innerhalb der Aktienklasse sollte man verschiedene Branchen berücksichtigen, die unterschiedliche Wachstumsaussichten und Sensitivitäten gegenüber Konjunkturzyklen haben. Eine übliche Methode ist die Auswahl einiger zyklischer Aktien und einiger defensiver Aktien. Zyklische Aktien sind Aktien, die parallel zum Wirtschaftswachstum steigen und fallen und sich in gesunden Zeiten besser entwickeln. Defensive Aktien sind dagegen vom Wirtschaftswachstum weniger abhängig und bieten eine stabilere Rendite in Krisenzeiten. Die Auswahl der Regionen Auch die geografische Verteilung der Aktien kann eine Rolle spielen, da verschiedene Regionen unterschiedliche Währungsrisiken, politische Risiken oder regulatorische Risiken haben können. Außerdem können sich verschiedene Regionen in verschiedenen Phasen des Wirtschaftszyklus befinden oder unterschiedliche Wachstumsstreiber haben. Die Auswahl der Unternehmen Schließlich sollte man auch auf die Qualität und die Bewertung der einzelnen Unternehmen achten, in die man investiert. Dabei sollte man Faktoren wie Umsatzwachstum, Gewinnmargen, Verschuldungsgrad, Dividendenrendite oder Kurs-Gewinnverhältnis berücksichtigen. Außerdem sollte man darauf achten, dass die Unternehmen eine nachhaltige Geschäftsstrategie haben und sich an ethische und ökologische Standards halten. Die Diversifikation von Aktien ist also kein einfacher Prozess, sondern erfordert eine sorgfältige Analyse und eine regelmäßige Überprüfung des eigenen Portfolios. Dabei kann es hilfreich sein, sich an professionelle Berater oder Finanzdienstleister zu wenden oder auf vorgefertigte Produkte wie Fonds oder ETFs zurückzugreifen, die bereits eine breite Streuung bieten. So kann man von den Vorteilen der Diversifikation profitieren und langfristig ein erfolgreiches Investment in Aktien aufbauen. Aktiendips kaufen Aktiendips kaufen ist eine beliebte Anlagestrategie, die darauf basiert, Aktien nach einem starken Kursrückgang zu erwerben, um von einer anschließenden Erholung zu profitieren. Diese Strategie folgt dem Motto Buy the Dip. Das bedeutet, dass man die Bodensenke im Aktienkurs nutzen soll, um günstigere Einstiegskurse zu erhalten. In einer OS-Phase, also einem langfristigen Aufwärtstrend, kann diese Strategie sehr erfolgreich sein, da die Aktienkurse nach kurzfristigen Rückschlägen weiter steigen. Allerdings ist es nicht immer einfach, einen Dip von einem Abwärtstrend zu unterscheiden. Wenn die Aktienkurse in einen längerfristigen Abwärtstrend übergehen, kann sich das Kaufen von Dips gegen den Anleger wenden, da die Kurse weiterfallen und keine Erholung in Sicht ist. Daher ist es wichtig, nicht nur auf den Kursverlauf zu achten, sondern auch auf die fundamentalen Daten und die Marktstimmung. Ein Dip kann eine gute Kaufgelegenheit sein, wenn die Aktie eine starke Geschäftsentwicklung aufweist, ein attraktives Bewertungsniveau hat und von positiven Nachrichten oder Trends unterstützt wird. Ein Beispiel für eine Aktie, die von der Buy the Dip-Strategie profitiert hat, ist Nvidia. Der Hersteller von Grafikchips und künstlicher Intelligenz erlebte Ende 2018 einen starken Kursrückgang von fast 60% in weniger als drei Monaten. Dies war jedoch nur eine vorübergehende Korrektur, die durch eine schwache Nachfrage nach Garming-Grafikkarten und einen Einbruch des Krypto-Mining-Marktes ausgelöst wurde. Wer damals den Dip gekauft hat, konnte sich über eine enorme Kurssteigerung von fast 600% bis Mitte 2021 freuen. Nvidia profitierte von einer starken Nachfrage nach seinen Produkten in den Bereichen Garming, Rechenzentren, Cloud Computing und autonomes Fahren. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass jede Aktie nach einem Dip wieder steigt. Deshalb sollte man immer eine gründliche Analyse durchführen, bevor man sich entscheidet, eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Außerdem sollte man immer ein diversifiziertes Portfolio haben, um das Risiko zu reduzieren und von verschiedenen Branchen und Regionen zu profitieren. Aktienlimits setzen Aktien sind eine beliebte Form der Geldanlage, die langfristig hohe Renditen versprechen kann. Doch Aktien sind auch mit Risiken verbunden, die man als Anleger kennen und minimieren sollte. Eine Möglichkeit, die Risiken zu reduzieren, ist das Setzen von Limits beim Kauf und Verkauf von Aktien. Was ist ein Limit und wie funktioniert es? Ein Limit ist ein bestimmter Kurs, den man bei einer Kauf- oder Verkaufsorder angibt. Damit legt man fest, zu welchem Preis man höchstens bereit ist, eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Das hat den Vorteil, dass man nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt handelt, wenn der Markt stark schwankt oder die Nachfrage gering ist. Zum Beispiel, man möchte die Aktie von Adidas kaufen, die aktuell zwischen 300 und 310 Euro gehandelt wird. Man setzt ein Limit von 305 Euro bei der Kauforder. Das bedeutet, dass der Broker nur dann die Aktie kauft, wenn der Kurs 305 Euro oder weniger beträgt. Wenn der Kurs steigt, wird die Order nicht ausgeführt. Man spart also Geld, indem man nicht zu viel bezahlt. Umgekehrt kann man auch ein Limit beim Verkauf einer Aktie setzen, um einen Mindestpreis zu sichern. Zum Beispiel, man möchte die Aktie von E.ON verkaufen, die aktuell zwischen 10 und 11 Euro gehandelt wird. Man setzt ein Limit von 10,50 Euro bei der Verkaufsorder. Das bedeutet, dass der Broker nur dann die Aktie verkauft, wenn der Kurs 10,50 Euro oder mehr beträgt. Wenn der Kurs fällt, wird die Order nicht ausgeführt. Man vermeidet also Verluste, indem man nicht zu wenig erhält. Es gibt verschiedene Arten von Limits, die je nach Marktsituation und Anlagestrategie sinnvoll sein können. Die wichtigsten sind Das normale Limit Man gibt einen festen Kurs an, zu dem man kaufen oder verkaufen will. Das Stop-Loss-Limit Man gibt einen Kurs an, bei dem man eine Aktie automatisch verkaufen will, um weitere Verluste zu begrenzen. Das Stop-Buy-Limit Man gibt einen Kurs an, bei dem man eine Aktie automatisch kaufen will, um von einem Aufwärtstrend zu profitieren. Das Setzen von Limits ist eine einfache und effektive Methode, um das Risiko beim Aktienhandel zu kontrollieren und die eigenen Ziele zu erreichen. Doch Limits allein reichen nicht aus, um erfolgreich an der Börse zu sein. Man sollte auch immer nur Geld verwenden, das man nicht für andere Zwecke benötigt. Denn Aktien sind keine kurzfristige Spekulation, sondern eine langfristige Investition. Das bedeutet, dass man bereit sein muss, Kursschwankungen auszuhalten und Geduld zu haben. Wenn man Geld investiert, das man eigentlich für andere Dinge braucht, wie zum Beispiel für die Miete oder für den Urlaub, dann gerät man schnell unter Druck und handelt emotional statt rational. Das kann dazu führen, dass man Fehler macht und Geld verliert. Deshalb sollte man immer nur so viel Geld in Aktien anlegen, wie man auch entbehren kann. Das schont die Nerven und erhöht die Chancen auf Erfolg. Profitipp Wenn Sie zum Beispiel 1000 Euro haben, kaufen Sie 10 Firmen mit 100 Euro. Sollte zum Beispiel eine dieser 10 Firmen pleite gehen und auf Null fallen, haben Sie immer noch Geld. Wenn Sie alles auf eine Firma setzen, ist Ihr Geld weg, wenn diese auf Null geht. Aktienhebeln Aktienhebeln ist eine spekulative Form der Geldanlage, die hohe Gewinnchancen, aber auch hohe Verlustrisiken birgt. Dabei werden sogenannte Hebelprodukte eingesetzt, die sich auf die Kursentwicklung eines anderen Wertpapiers, wie zum Beispiel eine Aktie, beziehen und diese verstärken. Der Hebel ist der Faktor, um den sich die Kursveränderung des Hebelprodukts im Vergleich zum Basiswert erhöht oder verringert. Hebelprodukte gehören zu den Finanzderivaten, das heißt, sie leiten ihren Wert von einem anderen Finanzinstrument ab. Es gibt verschiedene Arten von Hebelprodukten, wie zum Beispiel Optionsscheine, Knockout-Zertifikate oder CFDs, Contracts for Difference. Diese unterscheiden sich in ihrer Funktionsweise, ihrem Preis und ihrem Risikoprofil. Der Vorteil von Hebelprodukten ist, dass sie es dem Anleger ermöglichen, mit einem geringen Kapitaleinsatz eine hohe Rendite zu erzielen, wenn sich der Basiswert in die erwartete Richtung bewegt. Der Nachteil ist, dass sie auch zu hohen Verlusten führen können, wenn sich der Basiswert in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Zudem können Hebelprodukte unter Umständen ihren gesamten Wert verlieren, wenn ein bestimmter Kurs, Knockout-Schwelle erreicht oder unterschritten wird. Hebelprodukte sind daher nur für erfahrene und risikobereite Anleger geeignet, die sich gut mit den Märkten und den jeweiligen Produkten auskennen. Sie erfordern eine ständige Beobachtung der Kursentwicklung und eine schnelle Reaktion bei Veränderungen. Außerdem sollten Anleger nur mit Geld spekulieren, auf das sie nicht angewiesen sind, und sich vorab über die Kosten und Gebühren informieren, die beim Handel mit Hebelprodukten anfallen können. Wie lange dauert es, bis ich an der Börse Geld verdiene? An der Börse geht es um langfristige Investitionen. Es ist wichtig zu beachten, dass es keine Garantie dafür gibt, dass sie Geld verdienen werden. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Art der Investitionen, die sie tätigen, und wie lange sie bereit sind, zu warten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass jede Investition mit Risiken verbunden ist. Bevor sie investieren, sollten sie sich über die Grundlagen der Börse informieren und einen Plan erstellen. Lernen Sie Aktien zu handeln, ohne echtes Geld zu verwenden? Es gibt im Internet zum Beispiel Demokonten. Dort können Sie mit Demogeld erstmal ohne Risiko das Handeln üben und die Technik kennenlernen. Oder nehmen Sie sich einfach ein Blatt Papier. Notieren Sie den Starttag und den Wert der Aktie an diesem Tag. Nun warten Sie zum Beispiel eine Woche und notieren nun den Wert der Aktie. Hat die Aktie am Starttag 100 Euro gekostet und der Kurs heute ist 110 Euro, ist es eine gute Idee gewesen. Ist die Aktie nur noch 5 Euro wert? Hat Ihnen dieses Beispiel gerade wohl 95 Euro Verlust erspart? Links zum Thema Aktien. Hier finden Sie aktuelle Nachrichten, Expertenwissen, Aktienkurse, Börsenlexikon und vieles mehr rund um die Börse. www.börse-frankfurt.de Dies ist die Webseite der Börse Frankfurt, dem größten deutschen Handelsplatz für Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Rohstoffe und Zertifikate. Hier finden Sie Kurse, Charts, Marktberichte und Analysen. Zu den verschiedenen Handelsobjekten HTTPS www.tagesschau.de www.wirtschaft-börsenkurse- Dies ist die Webseite der Tagesschau, einer der wichtigsten deutschen Nachrichtensendungen. Hier finden Sie Börsenkurse und Charts zu den wichtigsten Indizes und Aktien, sowie aktuelle Meldungen aus der Finanzwelt. Wie bewerte ich eine Aktie richtig? Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen, der an der Börse gehandelt wird. Der Preis einer Aktie spiegelt die Erwartungen der Marktteilnehmer über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wider. Doch wie kann man beurteilen, ob eine Aktie fair bewertet ist oder nicht? Dafür gibt es verschiedene Methoden, die sowohl die Substanz als auch die Ertragskraft eines Unternehmens berücksichtigen. Die Substanz einer Aktie ist der Wert aller Vermögenswerte, die das Unternehmen besitzt abzüglich aller Schulden. Dies entspricht dem Eigenkapital des Unternehmens, das in der Bilanz ausgewiesen wird. Um den Substanzwert einer einzelnen Aktie zu berechnen, teilt man das Eigenkapital durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Dies ergibt das sogenannte Kursbuchwertverhältnis KBV. Je niedriger das KBV ist, desto günstiger ist die Aktie im Vergleich zu ihrem Substanzwert. Die Ertragskraft einer Aktie ist die Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne zu erwirtschaften und zu steigern. Dies entspricht dem Gewinn je Aktie EPS, der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen wird. Um den Ertragswert einer einzelnen Aktie zu berechnen, multipliziert man den Gewinn je Aktie mit einem Faktor, der die erwartete Wachstumsrate und die Risiken des Unternehmens berücksichtigt. Dies ergibt das sogenannte Kursgewinnverhältnis KGV. Je niedriger das KGV ist, desto günstiger ist die Aktie im Vergleich zu ihrem Ertragswert. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Die Substanzbewertung ist eher konservativ und eignet sich für Unternehmen, deren Geschäftsmodell stabil und wenig wachstumsorientiert ist. Die Ertragsbewertung ist eher dynamisch und eignet sich für Unternehmen, deren Geschäftsmodell innovativ und stark wachstumsorientiert ist. Allerdings kann die Ertragsbewertung auch zu Fehleinschätzungen führen, wenn die Gewinnerwartungen zu optimistisch oder pessimistisch sind. Eine Möglichkeit, beide Methoden zu kombinieren, ist die sogenannte Graham-Formel, die von dem berühmten Investor Benjamin Graham erfunden wurde. Diese Formel lautet Die Graham-Formel berücksichtigt sowohl den aktuellen Gewinn als auch das zukünftige Wachstum eines Unternehmens. Die Bewertung einer Aktie ist keine exakte Wissenschaft, sondern eine Kunst, die Erfahrung und Urteilsvermögen erfordert. Es gibt keine allgemeingültige Formel oder Kennzahl, die für alle Unternehmen und Situationen passt. Deshalb sollte man immer mehrere Methoden anwenden und vergleichen, um ein möglichst realistisches Bild von dem Wert einer Aktie zu erhalten. Welche Aktie sollte ich nicht kaufen? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, denn es gibt viele Faktoren, die den Erfolg oder Misserfolg einer Aktie beeinflussen können. Zum Beispiel hängt es von der Branche, dem Marktumfeld, der Konkurrenz, der Unternehmensstrategie, der Bilanz, der Dividendenpolitik und vielem mehr ab, ob eine Aktie eine gute oder schlechte Investition ist. Außerdem kann sich die Situation jederzeit ändern, sodass eine Aktie, die heute attraktiv erscheint, morgen schon überbewertet oder riskant sein kann. Dennoch gibt es einige allgemeine Kriterien, die man beachten kann, um potenziell schlechte Aktien zu vermeiden. Hier sind einige davon. Vermeide Aktien mit hohen Schulden. Eine hohe Verschuldung kann ein Zeichen für finanzielle Schwierigkeiten sein und die Flexibilität und Rentabilität eines Unternehmens einschränken. Außerdem erhöht sie das Risiko eines Zahlungsausfalls oder einer Insolvenz, was zu einem Totalverlust für die Aktionäre führen kann. Vermeide Aktien mit negativem Cashflow. Der Cashflow ist der Geldfluss, den ein Unternehmen aus seinen operativen Geschäften generiert. Er zeigt an, wie viel Geld ein Unternehmen zur Verfügung hat, um seine laufenden Kosten zu decken, zu investieren oder Dividenden zu zahlen. Ein negativer Cashflow bedeutet, dass ein Unternehmen mehr Geld ausgibt, als es einnimmt, was auf eine schlechte Geschäftsentwicklung oder ineffiziente Ressourcennutzung hinweisen kann. Vermeide Aktien mit sinkenden Umsätzen oder Gewinnen. Der Umsatz und der Gewinn sind wichtige Kennzahlen für die Leistungsfähigkeit und das Wachstumspotenzial eines Unternehmens. Wenn diese Zahlen rückläufig sind, kann das ein Zeichen für eine schwindende Nachfrage, einen harten Wettbewerb, eine veraltete Produktpalette oder eine falsche Preisgestaltung sein. Dies kann wiederum die Zukunftsaussichten und den Aktienkurs eines Unternehmens negativ beeinflussen. Vermeide Aktien mit überhöhten Bewertungen. Die Bewertung einer Aktie ist das Verhältnis zwischen ihrem Marktpreis und ihrem inneren Wert. Der innere Wert ist der geschätzte Betrag, den ein Unternehmen wert ist, basierend auf seinen zukünftigen Erträgen und Vermögenswerten. Eine überhöhte Bewertung bedeutet, dass eine Aktie teurer ist, als ihr innerer Wert rechtfertigt. Dies kann darauf hindeuten, dass eine Aktie von einer irrationalen Euphorie oder Spekulation getrieben wird und anfällig für eine Korrektur oder einen Crash ist. Natürlich sind diese Kriterien nicht absolut und es gibt immer Ausnahmen und Sonderfälle. Deshalb sollte man immer eine gründliche Recherche durchführen und seine eigenen Ziele und Risikoprofile berücksichtigen, bevor man eine Aktie kauft oder verkauft. Es gibt keine Garantie für den Erfolg an der Börse, aber man kann seine Chancen erhöhen, indem man informierte und rationale Entscheidungen trifft. Rohstoffe an der Börse handeln Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen benötigt werden. Sie umfassen landwirtschaftliche Erzeugnisse, Energiequellen, Metalle und Umweltgüter. Der Handel mit Rohstoffen an der Börse bietet Anlegern die Möglichkeit, von den Preisschwankungen dieser Güter zu profitieren oder sich gegen Inflation und Marktrisiken abzusichern. Um an der Börse Rohstoffe zu handeln, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Aktien, Fonds, Zertifikate, Futures, Optionen oder CFDs. Jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nachteile, je nach Anlageziel, Risikobereitschaft und Kapitalausstattung des Anlegers. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Faktoren erläutern, die den Rohstoffhandel beeinflussen und einige Tipps und Strategien für den erfolgreichen Handel mit Rohstoffen an der Börse geben. Landeswährungen an der Börse handeln Der Devisenmarkt ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt, an dem täglich mehr als 6 Billionen US-Dollar umgesetzt werden. Der Devisenhandel, auch Forex oder FX genannt, bezeichnet den Kauf und Verkauf von Währungen, um von Wechselkursveränderungen zu profitieren. Der Devisenhandel findet nicht an einer zentralen Börse statt, sondern über ein Netzwerk von Banken, Brokern und Händlern, die rund um die Uhr miteinander handeln können. Der Devisenhandel basiert auf dem Prinzip des Währungspaares, das aus zwei Währungen besteht, die gegeneinander bewertet werden. Die erste Währung im Paar wird Basiswährung genannt, die zweite Kurswährung. Der Wechselkurs gibt an, wie viel Kurswährung man für eine Einheit der Basiswährung erhält oder bezahlen muss. Zum Beispiel bedeutet ein Wechselkurs von 1,20 Euro USD, dass man 1,20 US-Dollar für einen Euro bezahlen muss. Der Devisenhandel bietet viele Vorteile für Anleger, die sich für den globalen Markt interessieren. Zum einen kann man von Kursschwankungen profitieren, die durch wirtschaftliche, politische oder soziale Ereignisse ausgelöst werden. Zum anderen kann man mit einem geringen Kapitaleinsatz hohe Hebelwirkungen erzielen, die die Gewinnchancen erhöhen können. Allerdings birgt der Devisenhandel auch hohe Risiken, die man nicht unterschätzen sollte. Der Markt ist sehr volatil und kann sich schnell und unerwartet ändern. Zudem muss man sich mit den Besonderheiten der verschiedenen Währungen vertraut machen, die von verschiedenen Faktoren wie Zinsen, Inflation oder Handelsbilanz beeinflusst werden. Um erfolgreich am Devisenmarkt zu handeln, braucht man eine gute Strategie, ein solides Risikomanagement und einen seriösen Broker. Ein Broker ist ein Vermittler zwischen dem Anleger und dem Markt, der die Handelsaufträge ausführt und dafür eine Gebühr oder einen Spread, Differenz zwischen An- und Verkaufskurs verlangt. Ein guter Broker sollte reguliert sein, eine schnelle und zuverlässige Handelsplattform bieten und faire Konditionen haben. Außerdem sollte man sich über die verschiedenen Handelsinstrumente informieren, die der Broker anbietet, wie zum Beispiel CFDs, Contracts for Difference, Futures oder Optionen. Der Devisenhandel ist eine spannende und herausfordernde Möglichkeit, am globalen Markt teilzunehmen und von Wechselkursveränderungen zu profitieren. Allerdings erfordert er auch viel Disziplin, Lernbereitschaft und Risikobewusstsein. Wer sich für den Devisenhandel interessiert, sollte sich zunächst mit einem Demokonto ausprobieren und sich schrittweise an den realen Markt herantasten. Bitcoin an der Börse handeln Bitcoin ist die älteste und bekannteste Kryptowährung, die seit 2009 existiert. Der Handel mit Bitcoin und anderen digitalen Währungen wie Ethereum, Litecoin oder Ripple ist für Privatanleger in Deutschland möglich und legal. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bitcoin an der Börse zu handeln, je nach persönlicher Präferenz und Strategie. Eine Möglichkeit ist, Bitcoin über eine Plattform wie Bison zu kaufen und verkaufen. Bison ist eine App der Börse Stuttgart, die einen einfachen und zuverlässigen Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen ermöglicht. Die Nutzer können über ihr Smartphone oder im Web schnell und einfach in Bitcoin investieren und diese durch zuverlässige Partner verwahren lassen. Bison bietet außerdem einen Demo-Modus an, um die Funktionen der App auszutesten, bevor man in den Echtgeldmodus wechselt. Eine andere Möglichkeit ist, Bitcoin an der Börse Stuttgart Digital Exchange, BSDX, zu handeln. Die BSDX ist Deutschlands erster regulierter Handelsplatz für digitale Vermögenswerte, an dem die Orders der Anleger nach festen Regeln über ein Orderbuch gegeneinander ausgeführt werden. Die BSDX bietet transparenten Kryptohandel zu niedrigen Kosten und mit zuverlässiger Verwahrung an. Die Anleger können ihre persönliche Handelsstrategie bestmöglich umsetzen und online zuverlässig und transparent handeln. Eine dritte Möglichkeit ist, Bitcoin über einen Marktplatz wie Bitcoin.de zu handeln. Bitcoin.de ist Deutschlands größter Marktplatz für den Handel mit Kryptowährungen, der über 950.000 Nutzer hat. Bitcoin.de ist keine klassische Kryptobörse, sondern vermittelt lediglich zwischen Käufern und Verkäufern von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Die Nutzer können ihre eigenen Angebote erstellen oder auf bestehende Angebote reagieren und so den Preis selbst bestimmen. Der Handel mit Bitcoin an der Börse bietet viele Vorteile, aber auch einige Risiken. Die Vorteile sind unter anderem die hohe Liquidität, die geringen Gebühren, die Sicherheit und die Regulierung. Die Risiken sind unter anderem die hohe Volatilität, die technischen Herausforderungen, die rechtlichen Unsicherheiten und die möglichen Betrugsfälle. Daher sollten sich Anleger gut informieren, bevor sie in Bitcoin investieren und nur so viel Geld einsetzen, wie sie bereit sind, zu verlieren. Geld verdienen an der Börse für Anfänger? Hier sind einige Tipps, wie du als Anfänger Geld an der Börse verdienen kannst. Mache dich mit den Grundlagen der Börse vertraut. Dazu gehört das Verständnis von Aktien, Anleihen, Indexfonds und anderen Finanzprodukten. Du kannst Bücher lesen, Artikel online lesen oder einen Kurs besuchen, um mehr über die Börse zu erfahren. Investiere nur Geld, das du dir leisten kannst, zu verlieren. Die Börse ist ein volatiler Markt und es besteht immer das Risiko, Geld zu verlieren. Investiere daher nur Geld, das du dir leisten kannst, zu verlieren. Diversifiziere dein Portfolio Investiere nicht alles in ein einziges Unternehmen oder eine einzige Branche. Investiere in verschiedene Unternehmen und Branchen, um dein Risiko zu streuen. Sei geduldig Es braucht Zeit, um Geld an der Börse zu verdienen. Sei also geduldig und verkaufe deine Aktien nicht, wenn der Markt fällt. Suche dir professionelle Hilfe Wenn du dir nicht sicher bist, wie du an der Börse investieren sollst, suche dir professionelle Hilfe. Ein Finanzberater kann dir helfen, ein Anlageportfolio zu erstellen, das deinen individuellen Bedürfnissen entspricht. Es ist wichtig zu beachten, dass die Börse ein riskantes Geschäft ist. Es besteht immer das Risiko, Geld zu verlieren. Investiere daher nur Geld, das du dir leisten kannst, zu verlieren. Wenn du 100 Euro hast, wie investierst du diese am besten an der Börse? Hier sind einige Tipps, wie du 100 Euro an der Börse investieren kannst. Investiere in einen Indexfonds Ein Indexfonds ist ein Fonds, der einen bestimmten Aktienindex nachbildet, wie den DAX oder den S&P 500. Indexfonds sind eine gute Möglichkeit, in die Aktienmärkte zu investieren, ohne sich um die Auswahl einzelner Aktien kümmern zu müssen. Investiere in einen ETF Ein ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der einen bestimmten Aktienindex nachbildet. ETFs sind ähnlich wie Indexfonds, aber sie werden an der Börse gehandelt, was bedeutet, dass sie jederzeit gekauft und verkauft werden können. Investiere in einen Sparplan Ein Sparplan ist ein regelmäßiges Investment in einen Fonds oder einen ETF. Sparpläne sind eine gute Möglichkeit, Geld über einen längeren Zeitraum zu investieren und von Zinseszinseffekten zu profitieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Börse ein riskantes Geschäft ist. Es besteht immer das Risiko, Geld zu verlieren. Investiere daher nur Geld, das du dir leisten kannst, zu verlieren. Hier sind noch einige zusätzliche Tipps. Mache dich mit den Grundlagen der Börse vertraut. Investiere nur Geld, das du dir leisten kannst, zu verlieren. Diversifiziere dein Portfolio. Sei geduldig. Schlusswort Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest du bei Amazon. Besuche auch die Webseite des HasenChat Audiobook Labels unter www.https-doppelpunkt-slash-hasenchat.net Mit freundlichen Grüßen Norbert Reinwand Besuche uns auch bei Amazon Music und höre HasenChat Music kostenlos.